Willkommen zurück zum Let's Play and Guide F1 Manager 2022. Wir befinden uns in Saison 1, kurz nach dem Rennen von Bahrain mit dem Team Williams. Wir schauen uns zuallererst mal die E-Mails an, die wir so bekommen haben. Die wiederholen sich auch meistens, also wenn ihr damit Erfahrung habt, dann könnt ihr einfach nach dem Betreff eigentlich meistens schon die E-Mails für euch so ein bisschen abhaken. Die Beurteilung zu den Fahrern, wo man die Attribute verbessern sollte, ignoriere ich fleißig, weil ich wie gesagt davon ausgehe, dass ich mittlerweile die Mechanik eh besser verstehe, als es uns das Spiel, ich sag mal, vorschlägt. Das ist immer die Bewertung natürlich, wie der Vorstand auch zu euch steht. Dazu vielleicht einmal kurz da reingehen in das Menü. Vorstandsvertrauen, hier seht ihr die ganzen wichtigen Daten, dass sie im Moment glücklich mit uns sind, weil wir eben Minimum Neunter sind in der Konstrukteurs-WM. Wir haben zwar noch keine Punkte geholt, aber wir waren ja vor Aston Martin und ja, könnt ihr euch hier alles mal durchlesen, ist nicht so spannend. Wie gesagt, euer Saisonziel solltet ihr natürlich im Blick haben. Mir fehlt ehrlich gesagt die Erfahrung, ab wann man wirklich entlassen wird, also wie stark man sein eigentliches Ziel in der ersten Saison zum Beispiel verpassen muss, um entlassen zu werden, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, es gibt immer mal wieder so Zwischenbewertungen zur Hälfte der Saison zum Beispiel oder auch früher und dafür bekommt ihr dann auch nochmal extra Prämien oder Geld zugesteckt. Ansonsten spricht alles für sich. Budget ist auch klar, wir kriegen ungefähr monatlich die 4 Millionen, hatten wir ja auch schon gesehen nach dem ersten Rennwochenende. Teamwertung vielleicht nochmal ganz wichtig, ich bin da in der ersten Folge schon mal kurz drauf eingegangen. Ihr seht eben die Teamwertung, die bestimmt eben, welches Personal überhaupt zu euch kommen würde, egal ob Fahrer oder Ingenieure. Und da könnt ihr auch mal sehen, die Teamwertung besteht immer aus den letzten 4 Jahren beziehungsweise aus den letzten 4 Fahrer- und Konstrukteursmeisterschaften. Das ist sehr wichtig zu wissen. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir vielleicht nächstes Jahr oder übernächste Saison schon jemanden wie Hamilton verpflichten können, aber in 3, 4 Jahren ist es schon wahrscheinlicher. Wie gesagt, die ganz große Langzeiterfahrung habe ich mit dem Spiel auch noch nicht, aber so wie ich das hier verstehe, dass es eben immer eine Art 4-Jahres-Wertung ist, sollten wir das ja hinbekommen können, dass wir vielleicht im dritten oder vierten Jahr auch so einen absoluten Top-Fahrer zum Beispiel engagieren können. Ihr seht, dass da noch andere Sachen reinfließen, wie zum Beispiel auch Tradition, das heißt, an wie vielen WMs hat ein Team in der Vergangenheit schon mal teilgenommen und wie viele hat es auch gewonnen. Und dann seht ihr eben unten auch die ganzen Stufen, die es so gibt. Spitzenreiter ist also 750 plus, was man wahrscheinlich haben muss, um dann wirklich das absolute Top-Personal bekommen zu können. Ansonsten, was noch wichtig, Profil nicht, das sind nur eure eigenen, ich sag mal, Statistiken. Ist vielleicht interessant, da mal nach ein paar Saisons reinzuschauen. Regeln und Vorschriften werde ich ein anderes Mal drauf eingehen. Was können wir uns noch mal kurz anschauen? Bei Finanzen wollte ich noch mal kurz was zeigen und zwar Monatsguthaben finde ich eigentlich am wichtigsten. Hier seht ihr immer, was eben hochgerechnet wird und da kommen wir eben auch ungefähr auf diese 4 Millionen, die wir ungefähr im Monat gut machen. Und letzten Monat kann man sich noch mal anschauen, wenn es einen interessiert. Aber ich finde eigentlich nur das Wiederkehrende wichtig, dass ich auch weiß, womit ich planen kann. Ansonsten sind wir hier auch erstmal fertig. Schauen wir uns weiter die E-Mails an, die wir noch bekommen haben. Genau, Übersicht schaue ich mir auch meistens nicht an. Interessiert mich nicht, beziehungsweise ich gucke ja immer in die Ergebnisse rein, von der weiß ich, wie der Stand in der WM ist und so. So, das ist etwas, was ihr am Anfang immer bekommt. Aufhängung bei jedem Team, egal wo ihr anfängt, das hat sozusagen angefangen, die Entwicklung von der Aufhängung hat angefangen, bevor wir überhaupt ins Spiel eingestiegen sind. Und dann will uns das Spiel einfach tutorialmäßig auch zeigen, wie man damit umgeht. Da gehen wir jetzt einfach mal auf Lager oder so gehe ich immer da rein. Aufhängung wurde entworfen und jetzt haben wir hier eine Stufe 2. Also ihr seht immer, S1 ist immer die erste Stufe in einem Jahr. Dann kommt am Ende S2 und so weiter, je nachdem, wie viele Teile ihr bei euren Autoteilen wirklich entwickelt über das Jahr hinweg. Und dann können wir hier einfach einklicken, also wir reinklicken. Wir können hier, haben eben aktuell nur einen Teil. Das heißt, wir müssen uns entscheiden für das nächste Rennen, was in vier Tagen ist. Welchem Auto geben wir das? Das macht natürlich am meisten Sinn, das dem Auto 1 oder dem besseren Fahrer zu geben. Da bauen wir es erstmal ein. Und ganz wichtig ist auch immer, ihr braucht für eine neue Aufhängung natürlich auch, sollte sie kaputt gehen, genauso wie andere Autoteile, wollt ihr natürlich auch Ersatz haben. Dass ihr auch in einem Rennen zum Beispiel den Frontflügel wechseln könnt. Und da macht es eben Sinn, dann auch auf Anfertigen zu gehen. Und ich mache es immer so, dass ich eigentlich von jedem Autoteil versuche, vier Teile insgesamt zu haben. Also eins für Auto 1, eins für Auto 2 und dann für jedes Auto nochmal ein Ersatzteil. Und wenn dann mal was kaputt geht an einem Rennwochenende, produziere ich es halt nach, so dass ich immer auf vier Teile komme. Hier habt ihr auch wieder unterschiedliche Herangehensweisen, ist ähnlich wie beim Entwurf. Hier werden sie es einfach so ohne Hass abschließen und kriegen auch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Schnell, dann sind sie einfach schneller fertig. Wir können mal schauen, rechts hatten wir fünf Tage, jetzt wird es in vier Tagen gefertigt. Die Kosten gehen natürlich ein bisschen nach oben. Ein bisschen ist gut, 50% mehr. Und das Fachwissen, was die Ingenieure bekommen, ist auch geringer. Also schnell auch wieder nur dann machen bitte, wenn es sich wirklich lohnt. In dem Fall würde es sich vielleicht lohnen. Vielleicht kriegen wir es noch kurz vor dem nächsten Rennen fertig. Allerdings nochmal bei Williams. Ich erwarte mir von dem Autoteil jetzt nicht irgendwie so eine starke Verbesserung, dass ich wirklich besser dastehe im Rennen, also dass ich Plätze gut mache von der Lassis. Und Notfall, dann wird es sofort geliefert, aber ihr habt extrem höhere Kosten. Ihr seht jetzt, das Fünffache sind es ja, glaube ich, ne? Genau, das Fünffache. Und wie gesagt, wir wollen insgesamt vier Teile davon. Dann könnt ihr das einfach jetzt auf drei Stellen. Einen haben wir ja schon. Und dann seht ihr hier rechts auch nochmal die Aufschlüsselung. Das erste jetzt in fünf Tagen fertig, das zweite dann natürlich in zehn und 15 Tagen. Und ja, dann haben wir das auch schon mal eingestellt bei Auto 1. Wir müssen jetzt nur dran denken, nach dem nächsten Rennen, also wenn das nächste Teil fertig ist, dass wir es auch in Auto 2 einbauen. So, dann haben wir das auch fertig. Gehen wir nochmal in die E-Mails. War da noch irgendwas? Aufstrebende Fahrer, genau. Das Spiel wird halt in den ersten Monaten, in der ersten Saison einen immer mal wieder auf neue Sachen hinweisen. Wir haben das Scouting zum Beispiel noch nicht benutzt. Darum können wir mal da reingehen. Scouting ist überhaupt nicht so wichtig, wie ich finde, in dem Spiel. Also das auszubauen. Ihr habt auch ein Gebäude, wo ihr dann theoretisch mehr Scouts einstellen könnt. Macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Wir haben am Anfang immer Minimum zwei Scouts und können dann die durchgehend einstellen. Ich mache es einfach so. Wir haben ja unser Personal hier bei Williams schon fertig. Ich denke mal, ich werde eher beim Personal nochmal was scouten wollen. Auch wenn ich im Moment überhaupt nicht vorhabe, neues Personal einzustellen. Gehen wir mal auf Scouten. Gehen wir mal auf Renningenieure. Da könnten wir uns ja noch stärker verbessern. Vielleicht in der nächsten Saison, am Anfang der nächsten Saison. Ben Mitchell mit der 84 wäre ja interessant. Dieser Unterschied ist nochmal Standard Scouting. Ihr kriegt einfach nur die Leistungsbewertung. Also ihr seht die Attribute und das Wachstumspersonal. Wachstumspersonal und bei detaillierten Scouting kriegt ihr eben auch die Vertragsdaten, die ich auch sehr wichtig finde. Von der gehe ich da eigentlich immer da drauf. Dann dauert das 30 Tage und dann haben wir die Daten. Und dann nehmen wir hier noch den anderen von Aston Martin mit einer 80. Auch nochmal detaillierte Scouting. Und dann sind unsere Scouts jetzt erstmal für jeweils 30 Tage auch beschäftigt und gut ist. Ganz kurz vielleicht noch zu den Fahrern. Wie mache ich es danach? Bei den Fahrern werde ich wahrscheinlich so scouten. Ich werde einfach mal das Formel 1 Team durchscouten nach den Fahrern, die ich interessant finde. Das wären zum Beispiel ein Norris, finde ich sehr interessant für unser Team. Vielleicht mal für die Zukunft. Ein Ocon finde ich interessant. Vielleicht auch mal ein Bottas oder so. Ich werde das einfach nach und nach die Scouts in diesem ersten Jahr einsetzen, um einfach das ganze Fahrerfeld durchzuscouten. Sodass ich auch alle Vertragsdaten habe. Dass ich eben weiß, jetzt im nächsten oder übernächsten Jahr. Wobei aktuell plane ich für die nächsten zwei Jahre keine Veränderungen in unserem Team. Von daher ist das eher langfristig gedacht. Aber dass man sich da mal grob durchscoutet, bevor man die Scouts jetzt gar nicht nutzt. Aber wie gesagt, wichtig ist es eigentlich nicht, da wir unser Personal ja schon zusammengestellt haben. Und ja, dann können wir eigentlich auch fortfahren gehen. Es sei denn, ich habe irgendwas vergessen. Aber ich glaube nicht. Ich bin erstmal auf alles eingegangen, was ich ansprechen wollte. So, kriegen wir jetzt nochmal was. Genau wie immer die Rennvorbereitung. Wie gesagt, jetzt Saudi-Arabien ist das zweite Rennen. Da gehen wir wieder drauf. Wie gesagt, wenn ihr Leistungsvorgaben einstellen wollt, tut das. Ich werde es jetzt erstmal nicht machen, weil wir nur Geld verlieren würden. Hatte ich ja schon ausführlich erklärt. Und ja, vom Rennen. Ich speichere noch einmal ab. Nehmen wir hier einen letzten, den letzten, genau. Den überschreiben. Ich habe immer drei Speicherstände gleichzeitig. Und ja, dann gehen wir zum Rennwochenende. Ja, in diesem Rennwochenende werde ich es ein bisschen anders machen. Das Training. Ich zeige euch mal, wie man noch ein bisschen schneller das Setup verbessern kann. Das Auto-Setup. Das Fahrer-Setup-Vertrauen höher kriegen kann. Ohne jetzt alle drei Training-Sessions komplett durchgehen zu müssen. So, wir haben gutes Wetter. Das ist alles in Ordnung. Gehen wir auf Fortfahren. Wir nehmen wieder die gleiche Taktik, sage ich mal. Wir fahren im ersten Training. Fahren wir einmal rot wahrscheinlich, einmal gelb. Und wieder so circa 18 Runden. Also bis das erste Mal Feedback komplett ist. Fahrer-Option ist eigentlich egal. Das kann so bleiben. Auto-Setup. Könntet ihr jetzt schon mal anpassen ein bisschen, ja. Je nach Strecke kann das Sinn machen, mal ein bisschen schon mal was zu verschieben. Ihr könnt ja selber vermuten, wo könnten die, ne, die richtigen Spots sein, je nach Rennstrecke. Und ja, das sieht eigentlich so schon mal gut aus. So, jetzt mal was Neues. Fahrer 2. Da werde ich jetzt, wie gesagt, in jedem Rennen in der ersten Saison, werde ich mal den Testfahrer einsetzen. Dann kriegt er seine 500 Erfahrungspunkte. Mal den Multiplikator, den er hat. Je nachdem, wie viel Talent er hat. Ich glaube, das ist bei Doohan über 1,7. Den werden wir einsetzen. Nur im Training 1. Das Gute ist, das werdet ihr auch gleich sehen, dass das Setup-Vertrauen übertragen wird von dem Testfahrer ins zweite Training zu dem, also in unserem Fall zu Albon. Ja, das ist das Gute. Also da verliert er nichts. Ihr werdet allerdings wahrscheinlich was verlieren bei der Streckeneingewöhnung. Da müsst ihr euch drauf gefasst machen. Ansonsten hier auch auf 18 Runden einfach mal einstellen. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Training. Und jetzt mache ich es mal ein bisschen anders. Anstatt das Training zu verwalten, könntet ihr auch komplett durchsimulieren. Dann habt ihr allerdings das Problem, dass ihr in vielen Fällen, hatte ich ja in den letzten Folgen auch immer mal wieder angesprochen, vielleicht nur zwischen 40 und 60 Prozent Setup-Vertrauen habt bei euren Fahrern. Wir machen jetzt folgendes. Wir werden nur das erste Training simulieren. Und nicht alle drei auf einmal. Wir gehen jetzt auf Weiter. Ihr könnt euch das anschauen. Ich scrolle einmal durch, wen es interessiert. Und jetzt sehen wir mal, der Fahrer, der Reservefahrer hat jetzt auch seine 500 Erfahrungspunkte bekommen. Autoteile-Kenntnis ist jetzt auch ein bisschen höher gegangen. Setup-Vertrauen ist natürlich richtig mies, gerade beim Reservefahrer, aber auch bei Gasly nicht besonders gut. So, jetzt in der Vorbereitung für T2 können wir das Ganze einstellen. Ja, ganz normal, so wie wir es kennen. Schauen wir mal. Ich fange immer mit den Geraden an und den größten Ausschlag bei den Geraden macht ihr mit dem Heckflügel. Da schlecht ist, gehen wir mal vielleicht so in den Bereich und hoffen wir mal, dass es da ist. Dann gehe ich immer, gucke ich aufs Übersteuern. Den größten Ausschlag dort macht ihr immer mit dem Frontflügel. Gehen wir nochmal vielleicht ein bisschen weiter nach links. So, dann schaue ich auf die Traktion. Den größten Ausschlag hier macht ihr mit der Stabilisator-Verteilung. Wobei, da sieht es schon ganz gut aus. Hier ist gut, also könnte hier vielleicht auch optimal sein. Schauen wir mal. Dann schaue ich auf Bremsstabilität und Kurvengeschwindigkeit immer gemeinsam. Beim Radsturz stelle ich das immer ein. Da hatten wir jetzt bei Bremsstabilität schon ein Großartig. Das heißt, da müssen wir eigentlich wieder näher ran und die Nachspur regelt dann in erster Linie die Bremsstabilität. Die setze ich jetzt nochmal so ran und dann denke ich, ist das eigentlich ganz gut eingestellt. Großartig. Schlecht sind wir weit weg. Weit weg, das passt. Weit weg und gut. Ist auch im Rahmen. Sieht eigentlich gut aus. Jetzt ist Albon natürlich wieder drin. Wir haben das Setup-Vertrauen übernommen vom Reservefahrer. Ganz wichtig zu wissen, das ist dann nicht immer so schlechte 14%. Auch wenn wir jetzt leider damit ein bisschen Pech hatten. So, auch hier wieder das Gleiche. Erst Heckflügel einstellen. Hier raten wir mal, dass es nach rechts vielleicht geht. Dann übersteuern mit dem Frontflügel einstellen. Heckflügel vielleicht nochmal nachjustieren. So, dann Traktion. Da sind wir schon recht weit weg. Genau, gehen auch nicht, können ja auch nicht weiter weg. Von der bleibe ich da jetzt erstmal so. Und dann dieser Bremsstabilität und Kurvengeschwindigkeit mit Radsturz und Nachspur. Ja, Bremsstabilität muss ja ganz weit eigentlich nach außen. Machen wir das Ganze vielleicht so. Erstmal, weil wir überall schlecht sind, müssen wir eh wieder so ein bisschen raten. Die Richtung ist denke ich klar bei allen, aber wo es dann genau richtig ist, also ganz optimal ist, werden wir dann erst sehen. So, hier stellen wir auch wieder das ruhig so ein bisschen ein. Ich weiß nicht, ob das die KI automatisch machen würde. Da gehen wir mal auf Nummer sicher. Wir müssen uns natürlich darauf verlassen, wie dann die KI mit den Reifen umgeht, also welche Reifen sie nimmt. Wenn ihr es simuliert, da können wir keinen Einfluss drauf nehmen. So konnten wir jetzt aber Einfluss auf das Setup ein bisschen nehmen. Und ja, können jetzt auch Training 2 simulieren. Das heißt, das, was dann in der Mitte vom Training 1 und 2 passiert, können wir natürlich nicht beeinflussen, wenn wir simulieren. Das macht die KI. Aber wir haben immer einmal den Einfluss am Anfang zumindest, ja. Und ihr seht, jetzt haben wir schon immerhin 73% und 60%. Das ist schon mal mehr als das, was ich oft hatte, wenn ich alle drei Training Sessions bis zum Qualifying von der KI habe simulieren lassen, ja. Dann habt ihr oft wirklich nur 40 bis 60%. So greift ihr minimal ein, verschwendet minimale Zeit und kriegt trotzdem euer Setup-Vertrauen relativ hoch, dafür, dass ihr simuliert. So jetzt sind wir in der T3-Vorbereitung. Und werden jetzt nochmal genau das Gleiche machen. Ich gehe ja schon mal auf die Runden, dass ich das nicht vergesse. Manchmal vergesse ich das. Und dann eben das Setup nochmal einstellen. Wie gesagt, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir eingreifen können. Und zwar wieder gucke ich auf Geraden. Da sind wir aber schon, ne, auf großartig. Von der ist das gut. Übersteuern mit Frontflügel, wie gesagt, hauptsächlich. Da gehen wir mal nach links, weil es schlecht ist. Weiß so in dem Bereich. Da gucken wir nochmal auf die Geraden, die sich natürlich mit verschoben haben. Da müsst ihr immer drauf achten. Großartig ist das ein bisschen weg. Das heißt, Heckflügel ein bisschen anpassen. Ne, das könnte optimal sein. Sind wir auf jeden Fall nicht weit weg, denke ich. Traktion ist das nächste. Abstand ist, also wir haben gut bekommen. Abstand könnte in dem Bereich richtig sein. Ich gucke nochmal, was wir noch machen können. Na, das könnte schon zu viel sein. Lassen wir es so. Dann gucken wir uns Bremsstabilität, Kurvengeschwindigkeit an. Hier sind wir bei gut und großartig. Also gerade bei Kurvengeschwindigkeit müssen wir jetzt mit dem Radsturz da viel näher herankommen. Da war eben, ne, jetzt seht ihr die Begrenzung. Der Regler geht nicht weiter nach rechts. Wir müssen aber weiter nach rechts kommen, weil wir es schon großartig haben. Jetzt müssen wir mal gucken, welche der anderen noch einen Ausschlag hat. Ich glaube genau, Frontflügel ist da glaube ich mit am besten. Da könnte das so sein. Jetzt sind wir bei Frontflügel natürlich wieder ein bisschen näher herangekommen. Aber geht nicht anders. Kriegen wir nicht anders hin aktuell auf die Schnelle. Ich denke mal, so wird das dann auch passen bei der Kurvengeschwindigkeit. Bremsstabilität. Können wir jetzt mit der Nachspur noch ein bisschen regeln. Hoffen wir mal, dass es rechts davon ist. So in dem Bereich vielleicht. Und dann denke ich, haben wir das eigentlich ganz okay eingestellt. Die KI wird auch immer noch einen kleinen Fortschritt auf jeden Fall Minimum machen. Ist bis jetzt meine Erfahrung. Also wenn die das Setup jetzt noch ein bisschen verändert in der Training Session 3, dann wird es auf jeden Fall auch noch ein bisschen besser. Also es wird eigentlich nie schlechter, wenn die KI da irgendwie was dran rumfummelt. Ja, da könnt ihr euch eigentlich auch drauf verlassen. So, bei Albon machen wir nochmal das Gleiche. Wir haben überall straight gut bekommen. Heckflügel vielleicht nochmal ein bisschen nach links anpassen. So in dem Bereich. Frontflügel gucken wir uns auch an, dass wir jetzt Rates spielen. Ist es rechts oder links davon? Tja, keine Ahnung. Versuchen wir es links davon. Dann, wie gesagt, Traktion schaue ich mir immer gerne an mit der Stabilisatorverteilung. Einmal nach rechts. Ist in Ordnung. Dann Bremsstabilität und Kurvengeschwindigkeit mit dem Radsturz. Aber das sieht eigentlich alles vom Abstand schon ganz gut aus. Vielleicht nochmal leicht das Ganze anpassen. Das ist alles nach Gefühl hier. Das ist eben ganz blöd, wie es jetzt hier bei Albon aussieht. Weil bei vielen hier, wo die grüne Markierung noch relativ mittig ist, müsst ihr halt wirklich raten. Ist es jetzt links das Richtige oder rechts davon das Richtige? Das ist halt so die blödeste Situation, die man haben kann beim Setup einstellen. Aber ja. Weiter. Und das werden wir auch bis zum Qualifying simulieren. Und ihr habt gesehen, wir sind viel schneller als in der letzten Folge. Kleiner. In der letzten Folge habe ich auch noch viel erklärt nebenbei. Aber ihr seid viel schneller. Und habt trotzdem, jetzt zumindest bei Gasly, ein Setup-Vertrauen von 86%. Bei Albon hatten wir eben leider das Pech. Erstens hat er die erste, war die, 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 das, die, das erste Training lief einfach richtig blöd. Blöd mit dem Reservefahrer, der da nur 14% Setup-Vertrauen hatte, ja. Also das werdet ihr auch nicht immer bekommen. Von der, das ist nicht aussagekräftig, kann ich euch aus meiner Erfahrung sagen, sondern eher das. Also ihr werdet regelmäßig zwischen 80% und vielleicht sogar 100% erreichen. Auch mit dieser Variante. Und ihr seht, wie viel Zeit ihr einspart. Im Vergleich zur letzten Folge. Oder nee, nicht in der letzten Folge. Wann haben wir das gemacht? In der zweiten Folge von diesem Let's Play. Wo wir mal ganz ausführlich das Training durchgegangen sind. So simuliert ihr zwar viel. Greift trotzdem ein bisschen in das Setup-Vertrauen ein. Kriegt trotzdem eure 80% plus regelmäßig. Garantiere ich euch. Wie gesagt, das ist jetzt mal ein Ausreißer nach unten. Das sollte nicht oft passieren. Ich baubte mal auch. Ich bin da ja eben drauf eingegangen. Bei dem Setup-Vertrauen war ja auch vieles gerade blöd beim letzten, bei der letzten Einstellungsmöglichkeit. Wir wussten nicht. Gehen wir jetzt nach links vom, ne, vom Ursprünglichen, was wir eingestellt haben. Oder rechts davon. Das lief einfach blöd. Das solltet ihr eher selten bekommen, wenn ihr es so macht wie ich. Wie gesagt, die Regel sollte sein, dass ihr 80% plus kriegt. Und ich finde, wenn man so viel Zeit einspart, gegenüber der Variante, dass man das Training vollständig selber verwaltet, sind 80% plus echt super. Und das ist auch das, was ich in dieser ersten Saison mit Williams sehr oft machen werde, kann ich euch schon mal sagen. Wir befinden uns in der Vorbereitung auf das Q1. Und hier mache ich jetzt etwas, was ich normalerweise eigentlich nicht mache, wenn das Setup-Vertrauen ganz gut ist. Wir werden bei Albon nochmal kurz eingreifen. Da ist eben so Schlechtfall mit 65%. Zumindest hier diese starken Ausschläge, wo es schlecht ist, können wir nochmal was machen, indem wir hier vielleicht einen Heckflügel nochmal ein bisschen verschieben. In einem Bereich, wo es auf jeden Fall besser aussehen sollte. Genauso Bremsstabilität sollten wir nochmal eingestellt bekommen, dass es ein bisschen besser sein sollte, sein muss eigentlich, wenn wir die Bremsstabilität jetzt ein bisschen höher kriegen. So großartig passt. Oben vielleicht Übersteuern mit dem Frontflügel nochmal ein bisschen anpassen. Wir waren ja schon mal auf großartig, dass wir vielleicht so in den Bereich gehen. Da müssen wir die Bremsstabilität doch nochmal ein bisschen mehr anpassen. Vielleicht hier mit der Nachspur nach links. So, Kurvengeschwindigkeit ist wieder dran, Bremsstabilität ist in Ordnung. Aktion, ja, ist es links oder rechts davon, ist wieder so ein Ratespiel. Ich mache es mal leicht rechts davon, dass wir nicht zu weit von gut abweichen, sollten wir falsch sein. Aber der Rest ist in Ordnung für mich. Normalerweise mache ich das vom Qualifying nicht mehr. Jetzt habe ich es gemacht und ja, dann starten wir ins Qualifying. Nein, das könnt ihr natürlich auch simulieren, werde ich in der Saison wahrscheinlich mit Williams auch ein paar Mal machen. Weil wir da einfach keine guten Platzierungen holen werden. Ich pausiere wie immer das Spiel erstmal und gucke mir die Ansicht an, wie das mit den Fahrern aussieht. Aber es sieht eigentlich immer ähnlich aus. Am Anfang fährt erstmal sofort keiner raus und dann fahren eben nach und nach die Ersten raus. Und dann habt ihr halt immer diese Spitzen auch ganz am Ende. Ich hatte euch das ja schon mal erklärt, wie ich das eigentlich immer mache. Ich gehe jetzt einmal am Anfang raus mit Gasly und schicke Albon hinterher. Gehen wir mal auf die Streckenkarte. Ja und jetzt könnt ihr auch mal gucken von dem Zeitpunkt, wo ihr auf Losschicken geklickt habt. Das war ja ungefähr bei 17.50, vielleicht ein bisschen früher. Wie lang die Einrollrunde ist. Das hatte ich euch ja in der letzten Erklärung zum Qualifying auch schon mal gesagt, dass das ein super Tipp ist. Damit ihr einfach ein Gefühl dafür bekommt, jetzt für das Ende der Session. Wie lang ist diese Einrollrunde? Also bis ihr dann auf der fliegenden Runde seid. Also wir waren bei ungefähr 17.50 würde ich sagen. 17.52, ich habe jetzt nicht ganz genau darauf geachtet. Ich habe gesagt, gucken wir mal, wann wir auf die fliegende Runde gehen. Ja, hier ist die Start und Ziel. Wie wir sehen, wo die ganzen Leute noch sind, die ganzen Fahrer. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an jetzt. Ich gehe mal runter auf Vierfache. So, dann sind wir jetzt gleich drüber. Also von ungefähr 17.50, ja. Das heißt ungefähr 1, weiß ich nicht, 1.50, 1.52 brauchen wir für die Einrollrunde, für die vor der fliegenden Runde. Da packen wir vielleicht nochmal 10.15 Sekunden als Sicherheit drauf. Dann sind wir bei etwas über 2, sagen wir mal 2.5 ungefähr. Das heißt, wir wissen jetzt für das Ende des Qualifyings, dass wir spätestens bei 2.5 rausfahren sollten, sodass wir noch frühzeitig auf die schnelle Runde kommen. Und jetzt sieht man mal, dass ich, ich kann das mal, ich pausiere mal kurz das Spiel. Ich konnte das ja vorhin, ähm, nicht vorhin, in der letzten, vorletzten Folge in Qualifying, wo ich das ausführlich erklärt habe, nicht zeigen. Ja, ihr seht jetzt, wie stark man aufgehalten wird. Das ist, also man hat es jetzt nicht perfekt gesehen, aber guck mal, die, die kämpfen jetzt sogar gegeneinander. Ähm, das Problem ist weiterhin, wie gesagt, ähm, bei Spielversion 1.6, dass die Fahrer nicht vernünftig zur Seite fahren, sei es jetzt im Qualifying. Ähm, wenn beide auf der schnellen Runde ist, kann man ja sagen, okay, ne, dann, dann ist es halt ein Problem. Aber wenn einer auf der schnellen ist, und was hatten wir eben, Magnussen oder Mick Schumacher, ich glaube, Mick Schumacher war es, ähm, ist eigentlich auf der Einrollrunde oder auf der Runde nach der fliegenden Runde, also auf der In- oder Outlab, dann machen die einfach nicht vernünftig Platz. Und das kostet uns einfach extrem viel Zeit. Das ist einfach so. Und ja, jetzt ist unsere Runde gleich vorbei. Wir mussten jetzt auch noch an Stroll vorbei. Wenn wir Glück hatten, war es auch vergeraden und es ging einigermaßen. Wenn wir Pech hatten, hat uns das auch nochmal einiges an Zeit gekostet. Wir merken uns auf jeden Fall für die nächste Runde, die dann vernünftig wird, dass wir in etwa bei 2 Minuten 5 oder aller spätestens bei 2 Minuten 5 Restzeit von der Session nochmal rausfahren. Jetzt holen wir unsere Leute erstmal wieder rein. Neue Reifen, neuen Reifensatz. Ich nehme auch einen kompletten neuen. 100 Prozent. Hier genauso. Dann gucken wir uns mal die Session zu Ende an. Ist ja schnell vorbei. Wir werden ja höchstwahrscheinlich auch nicht ins Q2 kommen. So, bei 3 Minuten werde ich jetzt gleich auf einfache, zweifache Geschwindigkeit gehen. Wie gesagt, wir haben herausgefunden, ungefähr bei 2,5 sollten wir aller spätestens gehen. Jetzt gehen die ersten schwächeren Fahrer schon mal raus. Gehen wir ein bisschen höher. Wir wollen ja ganz am Ende des Feldes fahren mit dem meisten Grip, den wir dann haben und mit, ja, freier Strecke vor uns. Das Einzige, was durch bei so einem letzten Schuss immer passieren kann, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, aber es sieht eigentlich gut aus. Aber jetzt Gasly losschicken und direkt dahinter Albon. Sollte gut passen. Vielleicht wird es sehr knapp, aber wir haben das ja grob ausgerechnet. Ich hoffe mal, das passt. Was euch beim letzten Schuss natürlich immer passieren kann, ist, das passiert allerdings in diesem Spiel nach meiner Erfahrung eher selten, dass Fahrer vor euch einen Fehler machen. Ihr kriegt eine gelbe Flagge in irgendeinem Sektor und habt dann eben das Problem, dass ihr da ein bisschen langsamer fahren müsst. Und das ist ja in der Realität in der Formel 1 genauso. Dann habt ihr halt Pech gehabt. Darum sollte man meiner Meinung nach auch immer am Anfang der Session irgendwann mal rausfahren, dass man schon mal eine Zeit gefahren hat. Ansonsten, ja, wird einem die Runde ganz am Ende halt leider kaputt gemacht. Durch eine gelbe Flagge, durch einen Unfall von irgendeinem vor einem. So, wir sind jetzt noch bei 20 Sekunden und wir kommen noch locker rüber, ne? Also wir haben das echt gut ausgerechnet eigentlich mit dem Puffer zusammen. Haben nach vorne genug Platz auf Magnussen. Sollten da also nicht, ähm, eingebremst werden. Und da Albon unser langsamer Fahrer ist, ähm, sollte das, dass wir eben direkt hintereinander fahren, auch kein Nachteil sein. Wenn überhaupt, ist es für Albon wahrscheinlich ein Vorteil, dass er auf den Geraden im Windschatten fahren kann. Und ja, was haben wir erreicht? Gasly, 17., Albon, 19., das heißt, wir kommen wieder nicht ins Q2, aber gut. Ist ja auch schon so eingeplant von mir. So ist das halt. Und ja, schauen wir mal, ähm, das ist ja nur Q1. Sehen wir auch schon gleich das Ergebnis. Ja, ne? Schauen wir uns das noch an. Wer vorne steht. Ergebnisse. Qualifying beendet. So Charles Leclerc ist vorne. For Sainz, for Verstappen, for Perez. Wie gesagt, die besten Autos sind am Anfang immer Ferrari und Red Bull. Und ja, wir sind ziemlich weit hinten. Aber so ist es nun mal. Klarer Himmel. Wir gehen auch fortfahren. Und ja, das war es dann auch schon mit dieser Folge. Und in der nächsten Folge werden wir dann uns um das Rennen in Saudi-Arabien kümmern. Und ich werde da nochmal ein paar Sachen zu sagen, zu den Mechaniken und so. Allerdings wird das, wenn, denke ich, diesmal so ein bisschen zusammengeschnitten sein. Ähm, werden wir mal sehen. Vielleicht, mal schauen, was passiert. Ne, wenn interessante Sachen passieren, lasse ich sie natürlich auf jeden Fall drin, wenn irgendwas super, super Interessantes passiert. Ansonsten werden wir eben hinten nur gegen die Aston Martin, vielleicht gegen Mick Schumacher noch kämpfen. Oder gegen Magnussen. Ich denke, viel mehr Konkurrenz werden wir nicht haben. Es ist kein Regenrennen angesagt, von der, ja, ist jetzt nicht so viel Spannung für uns dabei. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge.